hat noch mal ein neues Video gemacht, weil, ja, Digga Oh, jetzt ja endlich, Digga Ja, Leute, ich konnte zu einem neuen Video, tut mir leid, dass ich die Anmoderation jetzt erst machen kann und ein bisschen später geworden ist Ich glaube, weil wir jetzt die ganze Zeit irgendwie gerade gar keinen Server mehr finden Ähm, ja, wollte ich nur noch sagen, dass jetzt auch etwas weniger, so generell die Einschränkungen von Fortnite eher weniger wird Ähm, weil es einfach kein Bock mehr macht, ich werde jetzt mehr Wurzeln hochladen wird Wenn es geht, heute vielleicht sogar noch die erste Kampagne Stream Ähm, die Kampagne ganz gut, komplett durchzocken, wenn es geht, wenn ich werde ich die morgen zocken Wenn es heute nicht mehr gehen sollte, dann werde ich einfach morgen zocken Auf ganz entspannt einfach dann halt und ja Weil es macht einfach gefühlt keinen Spaß mehr, Fortnite, so Man kriegt bei diesem Gang gefühlt nur noch Aggressionen Es sind nur noch Sprayer und so drin Du bereit, Gustav? Gustav? Ich hab Brandy Bei mir steht, du hast nicht bereit Ah, jetzt so Ja Ja Check doch mein Video ab, ich las grad hoch, aber wenn ihr das Video von Lehrern seht, wird es rauskommen Ja Ich hab da auch die Erklärung gemacht, könnt ihr euch mal geben, geht nur eine Minute Weil ich die Erklärung gemacht, warum bei mir kein Fortnite mehr kommt oder kaum noch Sag's doch jetzt einfach schon im Video, dann wissen sie es auch direkt schon Aber nach einer Weile fuckt Vorteil einfach nur noch ab, es ist einfach nur noch langweilig, Digga Ich hab da auch den Video ab, es ist einfach nur noch langweilig, Digga Das war's für heute. 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 Das war's für heute.